Die Schale geht nicht ab. Ach, weißt du? Ach, die Schale noch nicht, das ist mir. Du kannst sehr gut schälen. Die Bromke oder Mandarine? Ja, Tomate. Nein. Ich weiß nicht, denn eine Orange kommt gar noch. Cola? Orange? Äh, noch eine Orange? Peppa. Ich weiß nicht. Komm, wir lassen. Oh, wir können einmal so riechen. Ich würde mich nicht mehr aufgeben. Ich würde mich nicht mehr aufgeben. Nein! Noo! Ja, ja, ja! Drei 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 Das reicht, oder? Ja. Ich dachte, es reicht! Boah! Okay, ich mache ungefähr gleich viel rein in den beiden. Oh! Bah! Das sieht irgendwie aus wie Kotze. Passt perfekt! Prost! Boah! Wir haben nur das Getränk erfunden. Wir sind revolutionär! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!